Willkommen in meiner Garage. Heute haben wir den Tip 98 Kelly. Das ist der Freier-Japaner Leichter. Der hat 240 Trefferpunkte, 150 PS, 50 kmh schnell. Bei der Panzerung 16-12-10 und Turmpanzerung 30-16-16. Turmpanzerung geht halt zum Zweier, erinnert sich nichts. Also da hat den Turmpanzerung, kriegt zwar einen anderen Turm, klar, aber die Panzerung bleibt die gleiche, also den Auffang bis zum Schluss. Bei der Turm-Version ist die gleiche Panzerung drin. Ist halt von vorne auf alle Fall stärker halt als die Wanne, klar. Standardgranate Schade 38-63, Durchschlag 44-73, bei 26,09 Schuss, 310 Sicht und 550 Meter Funkreichheit. Die Pakete sind insgesamt drei Stück, ja. Das echte Paket, also es bleibt auch bei den 37 mm, nur in verschiedenen Ausführungen, wenn es wichtig ist. Also das echte Paket, nicht nur das, er nennt Paket, sondern der Stock, mit 37 mm Gun, Type 100, mit 28,57 Schuss, Durchschlag 48-69-18 und der Schade 45-45-60. Beim zweiten ändert sich der Motor und die Kette, die Kette bleibt gleich. Beim zweiten Paket ändert sich der Turm, aber die Kette bleibt gleich, gerade der Motor ändert sich wieder. Beim nächsten Paket dann, er kriegt dann die beste, von den 70-37 mm Gun, Type 1, mit 26,09 Schuss und der Durchschlag ist 58,73,19 Schade 50,50,45. Er hat den gesamten OMB und direkt neben dem Hauptschutz, neben der 37 mm Abwertung ist. Also in vorne ist in der Mitte der Sehschlitz, dann Druck zu halten. Dann sind in der Wanne unten, sieht man dort zwei Klappen, eigentlich die Schlüge. Da denke ich mal, wenn man da trifft, dass man da auch leichter durchkommt, als man rechts, obwohl es so ziemlich stark angeschreckt ist. Also wenn, dann eher, auch wenn die Lutung nicht so ganz stark ist. Oder halt von der Seite, so klar. Oben hat er keine Leichte, die sind bei anderen Panzern, die Schwachstellen, ich weiß nicht, ob es bei dem auch so ist. Aber bei vielen, wie ich ihn sehe, ist oben die Leichte, also Schwachstellen, man kann da zumindest beim EN 100. Weiß ich das nicht alle freil. Verdammt, das ist leider nicht. Auch wieder mit allem ausgerichtet, was man braucht. Grunderstattung. Und, ja, gucken wir mal. Jetzt ist Himmelsdorf als Standard gefischt. Haben wir da was zu schnell hört bei uns? Also, wir sind nicht weit weg im Sportplatz unter uns heute, Veranstaltungen. Mehrmals der Stadionsprecher. Ich glaube, Jugend, Turnier oder sowas da, weil er vor allem hat er ihn noch mal aufrufen, wenn man so denkt, dass ein Jugendfußball-Turnier ist. Ja, meistens Dreier. Da steht komplett Dreier. Die Dreier werden enden, aber uns. Und wir kriegen auch Dreier wieder. Nur Dreier mehr. Ja. Hm. Naja. Ich bin mir noch nicht mehr, dass Matchmaking das ist, naja. Das ist einfach so. Oft genommen mittlere Panzer, aber so sind es ein starker Panzer, und ich habe nicht richtig, dass ich mich nicht richtig schnacken lassen. Das ist immer nur eine Kanone. Gut, ja, nicht mehr, nicht weniger. Hm. Ah, ich kann mir doch immer meistens verrieren. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ah, da ist noch eine Marus. Ich werde mal ein bisschen Ich werde mal ein bisschen Einmal da anders hin Okay Okay, dann noch lieber Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Ah, die Seite zu zweit. Action! Vielleicht ist das nicht mehr Asyl, das will ich nicht mehr. Gegen uns! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Nur wenn es nur ein ausgeglichenes kriegt... Oh, da ordnet sich der Atomolation an. Jetzt fand ich gefährlich, weil die Jachtpanzer nicht dabei ist. Ich muss es wahr sein. Ich kann leider wünschen. Ich kann leider wünschen. Ich kann leider anwenden. Oh, ich bin gespannt. Das muss weh tun. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ah, es kommt wieder nach Nien in Nacht, aber. Alle 1, ich mach wieder weg. Ich schätze, wie es doch mal der Zünne rumfängt, der Zünne schon in den Fahrer. Zünne, komm mal. Die Anlassung schon durchfällt. Die Anlassung schon durchfällt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh Mann, mehr wieder gescheiß Automatik. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, was ich jetzt unterwegs noch im Medium 3. Ich nenne noch 3, 4 Leichtung. Aber die haben jetzt nur noch im Medium 3. Und ich kann es nach vorne. Ich wollte nicht zickzack drauf, aber ich habe wieder auf den Weg zu spüren. Ja, genau so. Zwei. Der Richtschechser hat ins Kass gebissen. Genauigkeit eingeschränkt. Hallo, ich bin zu dem Vertrauer. Der erste Schuss hat natürlich wieder eine Fliegekaube, klar. Hauptsache, ich gehe gut, ich muss schon. Wenn ich jeder Schuss gebe. Ich glaube, ich kann sehr viele sein. Ja, also zu dem Settel her. Lame sich noch weg. Wenn ich jetzt sammle auf die Fliegebruchstelle. Ich versuche es zu erobern, dann musst du an und an uns zurück. Es sei denn, die Artikel hat noch nie lange geblieben. Ja, die Städte der Drille an der Gleise. Na, hat nicht was er geht, bitte. Oh, ich bin so weit über Vorreiche schießt, wie man mich auf die Wand schießt. Und das scheint, weil er beim Vogelrücken kann. Ah, vielleicht fahre ich verkehrt sei es. Die Artikel, die in der anderen Seite lag rum. Oh, ich werde weg den Fenchern. Man schnallt ihn mal ein. Aber erzählen wir mal, wie sieht man denn öffne Stroh aus? Und zwar hat auch die Artikel ziemlich schwergut. Wir haben gewonnen! Das hat sie nicht gemacht. Ah, die ist schon gar nicht gewusst, habe ich gerade gesehen. Ach, ich war ja weg. Ich kann noch nicht, dass sie die bekommen. Ich bin gestern noch auf Kunduz mit der Spitze. Ja. Also der ist gut, oh. Der Panzer ist natürlich schon durch. Auch so gute Fahrt. So, dann bis zum nächsten Mal.